eskalation für die konto nähe für ich bin gerade total behindert ja 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 für 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 sich kommen ach ja für md die die leitung ja da sind wir zu viele monster boah es ist mein zweck weg oder was was braucht man dafür ja genau der eine doch noch was braucht man dort sieht einfach mal zeug an gab es aber selber nicht ja los schießt euch gegenseitig ab hier penner hinter mir ist ein skelett her xo eine meiner besten freunde ist ein skelett der absterben ach mit der russ ja das ist so geil die jeff dann im show da baue ich mir doch mal wo den kiosk aber jetzt die killer finde ich nicht so schön nee das ist auch ich finde auch bloß ach mit lustig da ja 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 ich weiß nicht warum aber sei es arbeit der jacht finde es einfach so lustig halbjahr ja ja geil dass man ein das habe ich verloren als ich gestorben bin sehr gut karl 1 kannte die eigentlich schon die wahrheit über adolf hitler ja der hatte einige probleme ja genau das auch aber der war ja eigentlich nach einer doku im dreisatz von so einem kunden der ist glaube hellmann oder so ich will jetzt niemanden war war glaube falsch aber der hat auf jeden fall gesagt da hat der reporter gefragt es gibt ja viele verschwörungstheorien über adolf hitler manche behaupten er wäre mit einem ufo aus berlin geflohen und hätte sich seitdem in einem antarktischen stützpunkt ja ja das habe ich gehört ja 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 das ist definitiv die logische nee das ist ja totaler blödsinn jeder weiß dass adolf hitler bis 1964 in einem vw werk gearbeitet hat in einem argentinischen vw werk ja 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 ich ja toll der penner trägt mein schwert und feind der trägt meine rüstung der kunde der das erzählt hat er war ja so davon überzeugt ja geil aber kohle habe ich zum größten teil wieder zurück der war wirklich davon überzeugt dass adolf hitler das gemacht hat sorry leute das letzte mal war jetzt das tag jetzt kann ich mir jetzt tötig die viecher und dann hole ich mein zurück zurück das denkst du das ist einfach nur witzig gemeint wir machen uns über den lustig es war natürlich nicht lustig was der so verbrochen hat ja 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 der alte adolf die sauer die mercedes werbung die gefakte da ist so eine mercedes werbung das sind die in braunau am inn und kommt so kleiner junge der spielt dann erfährt so das auto durch die stadt der spielte holt sein ballon oder sein ball von der straße wird überfahren und die mutter kommt so angerannt ist und dann so im abspann von der mercedes werbung mercedes erkennt gefahren bevor sie entstehen ja das ist klar dass du deine leder sachen wieder bist du schwein ja hab sie wieder viel dank mein lieber hat mein schwert hier ist doch das schwert oder mein schwert weil du bist zu sehen ja 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 machen was alles ist ihr seid alle viel so sozial zu zu mir also echt es wird euch eigentlich umbringen ist noch ein paar leitern wollten wir das nicht sowieso machen ist noch deine lustigen leder boots oh ja ich habe welche aber zweimal kann ich schaden dann dauert sie noch ein bisschen bis ich wieder sterbe wenn mal wieder weg also wenn ich mich nie irre wollten wir den doch umbringen ja 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 ich stimme dir zu aber ich habe keine ahnung von was du redest wir wollten dich umbringen ja ja das weil wir viel zu sozial sind das stimme ich dir auch zu nächster schritt powertool mit dem kameh mh ding ja mit dem kameh mh ding aber dazu brauche ich ein paar ender perlen okay aber das minimale anzeug wieder zurückbekommen bin beindruckt ich habe dir sogar geholfen ja ja das fand ich mega sozial das vielen vielen dank ich bereue jetzt schon ja ja das wirst du noch mein lieber freund das wirst du genau der gut supi nein das war falsch so wie viel essen habe ich wieder zurück super fast nichts das läuft so supi immer immer klaro man ich müsste mich mal ein richtiges feld anlegen aufmachen es ist ein block brauche ich noch nicht dass man kann oder genau einfach weiß kann das meinten ihr was würde sich am meisten lohnen schaufel pickaxe oder axt pickaxe bei bäume baust du nicht so viel ab doch mein ganzes holz schaufel brauchst du nicht dafür da brauchst kannst du die pickaxe nehmen von dem ding hv capacity changer glass glowstone das ender perl oh god äh so reisen und ein stop äh da so rubber jetzt hatte ich gerade für den weg und habe ich nicht mehr oder hat er mich ja ja ich habe auch gar nichts ich auch das ist ja schrecklich er fällt irgendwie tinos witzelbuch ich habe auch ein witzelbuch aber die witzel sind also ziemlich ja tinos witzel sind auch ziemlich schlecht ja aber die haben die stimmung aufgelockert das heißt das eis gebrochen brate wo ich habe noch ein paar Samen p.a.t p.a.t ihr bräuchte also hier mal d angelika ich bin nagy ja das hat man immer gerne ach ja du kennst das nicht wollte ich hören aus welchem bundesland kommst du wenn man fragen darf nein ich komme von dem hinterm mond aus dem saarland saarland ne 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 in dem land wo milch und honig fließt meine freunde hamburg ja 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 äh ich brauche ne roh ein ho iron ho ach gott ey ich habe die ganze scheiße verloren gott was habe ich wie macht man die alter enderperlen ja genau tasche ziehen ähm funktioniert das jetzt so aber jetzt muss ich echt höllenturm machen sonst äh muss heute muss noch irgendwas passieren haben wir eigentlich nähterohrs drin und der angehört so pflanzen mag ich das du sollst bist du behindert du sollst doch nie ja kartoffeln bitte das pumpt aus meinem mazerato pumpt das nie denn das draus sondern die erze ja ja falsch falsch angeschlossen nee nein nein ich habe das richtig angeschlossen kann mir ein boot machen mann 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 ich probier mal bitte ich probier mal bitte was ich probier mal bitte was das direkt raus so weit bist du schon ey ich hab ich glaube erstmal genug aber hab ich ne doch ne ich brauch mehr strings verdammt na egal so kommen sticks nämlich mit geile strings ey ja string tankers finde ich auch gut generell außer bei männern ne da findest du besonders gut was ok ok na dann find ich verständlich also ich hab nichts dagegen die meinung teile ich ja 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 also das würde ich jetzt nicht sagen aber doch auf jeden fall Männer in strings sind geil ja geil jetzt bist du für einer magst du etwa Frauen ist ja ekelhaft ho oh jetzt denn ja hier sind die das ist was normalen leute das jetzt jetzt legts gerade ja aber hallo 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 tschüss exe so probieren wir jetzt mal hier immer wieder geil wie ich irgendwie immer wieder sterbe und mein ganzen zeug verliere ja wirst du das redstone motor redstone 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 ey und eine redstone schuppe ja ja pack mal was in mace rater langweilig ja ja und in drei minuten höre ich dann auf ach du scheiße das war ich noch achst ja 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 und eine ex so die funktioniert das natürlich durch mein abenteuer irgendwie ein paar sechs leitern gewonnen das freut mich natürlich sehr ja nicht äh ich hab noch ein hier nehme ich mit ich habe ein brot dabei zur zur nahrung da werde ich weit kommen ok man muss es dahinter anschließen so jetzt geht es irgendwie los hier Höhentor bitte das sieht sehr schön aus buddy in your channel timed out oh das war der Paul ja da ist er weg wie immer oh der hat sich durch mich verabschiedet das ist immer so bei dem und auf naja gut ne der wegen seiner internetzeit und so ja 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 das erzählen sie immer der mag mich bestimmt nicht ne marco ne das hat er mir im chat geschrieben naja ja wusste es sofort ich hab's ihm angesehen so jetzt erstmal hier bone meal soja meine konstruktion scheint zu funktionieren ja ja ich bin hier zwar noch ein einfacher bauer aber ich äh glaube ich ja ich hab noch nicht meine Essensversorgung also so viel habe ich nie geschafft ja ich hab äh ein nicht fertiges Haus und äh eine Miniatur Farm ich bin sehr weit gekommen in diesem Leben zwei Kartoffeln so es wachst drei Kartoffeln so kann ich mir ein bisschen Nahrung machen ich halte jetzt mal schnell hier das Zeug ab und dann beende ich dann mal meine Aufnahme oh oh so Kartoffeln auch noch ein paar ja das ist sehr gut äh schon drei Rubbersetzlinge rausgekriegt das ist geil das ist geil darauf steht er ich finde Rubbersetzlinge so geil hey die Hobo ich auch noch mal Gott wie lange ich wieder aufnehmen ey das gibt's doch gar nicht so abnormal wie die Zeit hier vergeht ja ja so lange nimmst du dann auch gar ne Erforder so eine Stunde fast was? Stunde bist du schon so lange dabei? ja oder hat es mal kurz Pause gemacht zwischendurch also ich nehme jetzt schon eine Stunde auf ja so schnell kann es passieren ja wenn man Feed the Beast spielt das ist eigentlich immer so ja also ich spiele Feed the Beast ich spiele hier nochmal Minecraft naja kann man so kann man so auslegen und so auslegen das geht so und so ich mach mir ein bisschen Brot dann geht die Hüllentur los da bin ich ganz alleine ok so aber lang kann ich auch nicht mehr aufnehmen nee nee geht nicht das geht nicht wegen der Schule nee 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 die ist da abbearmungslos Brot sonst springt der Eltern im Dreieck ja oder im Fünfeck oh Gott so schlimm schon ja das ist schlimm ok hier noch mehr Samen habe ich jetzt auch alles ja ich geh jetzt einfach los mir reicht's hm das also so ganz funktioniert das daneben mit dem Zeug hier hinten ich baue es nochmal ab guck nochmal ja da 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 klingelt das Telefon oh nein bist jetzt weg hä hier ich gehe ja ich gehe ich gehe ich gehe und da baue ich mir schnell eine axt wenn meine maus herumspinnen würde und dann hallo hallo dort ist noch bis wieder da naja ich lebe noch keine angst wenn meine maus nie rumspinnen würde und dort hoch gehen würde zu ihrer bestimmten position ja ja könnte ich eine axt bauen doch jetzt geht die höhlen tour offiziell los komplett die axt werde ich in fünf minuten wieder sterben ja wo die verpflegung wird aber echt mega knapp so wieder von komischen dingern ernähren müssen da guckt euch warte mal kurz da guckt euch an was man hier die aufnahme geschafft haben ganz viel zeug technik kram und so schönes haus haben auch halbwegs oder würde ich sagen und da beendet ich diese aufnahme und tschüss und bis zum nächsten mal und dann einen raffinov dass er dabei war kein problem dank an dich tschüss bis zum nächsten mal